Wisst ihr, was mich manchmal richtig hart nervt? Ich weiß nicht, wie groß meine Ordner sind und wo ich eigentlich am meisten Platz drin habe. Und ja, ich hätte das ganz gerne nicht, wenn ich hier draufklicke, dass es dann erstmal zählen muss, weil das dauert bei den Größen, die ich hier habe, manchmal mehrere Stunden, sondern vielleicht möchte ich das einfach nur gelegentlich mal machen und im Hintergrund laufen lassen, automatisiert. Und dann kriege ich gesagt, ey, dein Tutz-Verzeichnis nimmt über zwei Terabyte in Anspruch. Es geht sogar noch weiter und das sind doch nicht mal meine kompletten Tutorials. Ich musste einen Teil von meiner Festplatte runterschmeißen. Eben so ein Tool kann man natürlich auch schreiben und da kommen wir zu dem heutigen Projekt. Wir wollen uns ein kleines Tool schreiben, das uns einfach überprüft quasi, wie groß ein Verzeichnis in unserem Code ist oder auf unserer Festplatte ist. Und natürlich können wir das automatisiert laufen lassen im Hintergrund. Wir können Cron-Jobs einrichten, wir können was auch immer damit machen oder wir lassen es einfach gelegentlich beim Start-Up laufen. Das habe ich ja alles schon, zumindest für Linux, gezeigt. Wenn ihr sowas für Windows auch haben wollt, dann schreibt mir das mal. Das wäre vielleicht noch eine Idee, was ich da machen kann. Okay, also was wollen wir machen? Wir brauchen als allererstes natürlich Import OS. Warum OS? Naja, OS ist dafür verantwortlich, die Schnittstelle zum Operating System zu liefern und dementsprechend brauchen wir das natürlich. Und dann würde ich schon sagen, fangen wir direkt an mit der Funktion getDirSize. Und natürlich brauchen wir hier ein Dir, ein Directory. Und dieses Directory muss als Parameter übergeben werden und wir kriegen hier am Ende das Ganze in Bytes am besten raus. So, wir fangen an mit einer Summe und naja, die Summe ist natürlich am Anfang gleich 0, weil wir noch keine Dateien gescannt haben. Und was wir jetzt machen, ist, wir gehen rekursiv in alle Ordner rein und überprüfen, wie groß die Dinger sind. Aber wirklich bei allem alles von Hand zu machen, das wäre ziemlich aufwendig. Und deswegen machen wir folgendes. vor i in os.scan.dir von dir natürlich. Das ist die Funktion, die wir hier verwenden können. Und scanDir macht genau das für euch. Es scannt das Verzeichnis. Das heißt, ihr habt da quasi so eine Art, ja, so eine Art Verzeichnisübersicht. Ich will das mal ganz kurz demonstrieren, wie das aussieht. Da machen wir dann einfach mal printi. Und wir führen das jetzt einfach mal hier aus, getDirSize. Aber wir brauchen natürlich noch ein Directory. Und ja, das ist ganz einfach ein Raw String, den wir hier einfach reingeben. So, und was genau macht das jetzt für uns? Also wir sehen hier, okay, wir kriegen quasi die Directory Entries und das in einem Affenzahn, ja. Das ist ziemlich geil. Also wir sehen hier quasi die Videos, die ich gerade am aufnehmen bin. Das ist quasi der Kurs, an dem ich gerade sitze. Und was hier eigentlich alles so dabei ist. Also das ist eigentlich ziemlich fast, muss man auch sagen. Und ich will jetzt hier natürlich das Ganze haben, aber auch für alle Unterverzeichnisse. Hier könnte ja vielleicht noch ein Directory innen drin sein. Also das macht keinen Unterschied, ob das jetzt eine Datei ist oder ob das jetzt tatsächlich ein echtes Directory ist. Also in das ich nochmal reingehen kann. Ein Ordner, in den ich auch noch rein muss. Tja, das muss ich für mich selbst machen. Und das mache ich hier. Das heißt, ich muss jetzt hier quasi überprüfen, ist das denn eine Datei? Also if i.is file, is file. Wenn das eine Datei ist, also übrigens das Ding ist auch komplett systemunabhängig. Also ihr könnt das auf Linux machen oder auf Windows machen. Völlig egal, weil eben OS Operating System unabhängig ist. Das ist ja das Geile an Python, dass es so geschrieben ist. Also wenn das Ding eine Datei ist, was machen wir, wenn es eine Datei ist? Na ja, dann sagen wir hier, okay, unsere Summe wird erweitert über die Dateigröße. Das heißt, i.stat.ast-size. So heißt das Ding einfach. Und das muss man sich einfach entweder merken oder man hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. I don't know. Und der zweite Fall ist, es ist ein Verzeichnis. Das ist der zweite Fall, den wir irgendwie beachten. Wenn es was anderes ist, dann interessiert uns das nicht. Aber wenn es ein Verzeichnis ist, i.isdir, was machen wir dann? Na ja, dann müssen wir das Ganze rekursiv wieder aufrufen. Hier habt ihr euren ersten Fall von, wobei, was heißt euren ersten? Einen schönen Fall von Rekursivität. Das heißt, wir sagen hier auch, die Summe von allen Dateigrößen wird erweitert um, na ja, was? Na ja, eben um getdirsize von i.path. Also quasi dem Pfad von unserem Directory, das wir hier drin haben. Ihr seht, mir wird das hier die ganze Zeit angegraut, weil es das nicht findet. Aber es funktioniert tatsächlich. Also das ist leider von der IDE falsch angestellt. So, jetzt kann es hier allerdings zu Fehlern kommen. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Und wir sehen hier, na okay, ich habe noch nichts zurückgegeben. Return. Und wir geben natürlich die Summe zurück. So, return sum. Und ich sollte das vielleicht hier auch noch aufrufen. Size ist gleich. So, printen wir doch einfach mal die Size. Okay. Was das heißt, ist, es sind, na ja, unleserlich viele Bytes. Also das wären Kilobyte, das wären Megabyte. Das wären ungefähr 5,6 Gigabyte. Prüfen wir mal kurz nach. Jo, sieht ganz gut aus. Also nicht die Zahl hier vorne beachten. Achtung, 1 Gigabyte sind immer 1024 Bytes. Man muss das ja immer durch 1024 teilen. Das heißt, wir haben hier 5000, oder 5 Milliarden sogar. 645.858.958 Bytes. Wunderbar. Das ist genau die Größe hier. Das ist die Größe. Aber die Größe auf dem Datenträger ist scheinbar eine andere. Die interessiert uns aber nicht. Die unterscheiden sich vielleicht um ein paar Bytes. Das ist jetzt nicht so relevant. Auf dem Datenträger ist das Ding noch ein bisschen größer, weil Gründe. Operating System Gründe. Kurs dazu. Soon TM. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Okay. Wie gesagt, hierbei kann allerdings auch was schief gehen. Wir könnten zum Beispiel keine Berechtigung haben, einen Ordner aufzumachen. Und ja, was wir dann machen, ist ganz einfach. Wir sagen hier, Accept. Ich sollte das vielleicht erstmal einrücken. Einmal einrücken. Accept. Accept Permission Error. Und den, das sagen wir dann einfach Return 0. Wir können nicht wissen, wie, äh, Quatsch. Das E muss natürlich nicht sein. Sorry, ich war gerade noch bei einer anderen Sprache. Ähm, das muss natürlich jetzt nicht 0 sein. Das wird wahrscheinlich sogar nicht 0 sein. Aber wir können nicht auslesen, wie viel das ist. Das ist halt leider ein Problem. Aber vergesst nicht, wir sind hier rekursiv. Das heißt, wenn ihr das auf eure C-Festplatte macht, dann kann es dazu führen, dass ihr irgendwann mal keine Permissions mehr habt. Und dann müsst ihr irgendwas zurückgeben. Ihr könnt nicht einfach sagen, wir, wir crashen jetzt und dann machen wir gar nichts mehr. Ansonsten könnt ihr zum Beispiel nicht von C oder von irgendwas anderem ähm, die Größe auslesen. So, und jetzt machen wir noch ein Accept. Ähm, und naja, da machen wir eine Exception rein. Das heißt, ein Gotta Catch'em All. Da machen wir dann einfach auch ein Return 0. Da könnt ihr dann gerne den Code noch erweitern. Wie gesagt, das ist nur ein Grundgerüst. Immer dazu da, damit es von euch erweitert werden kann. Das ist der eigentliche Sinn von dem Code, den ich hier schreibe. Ihr sollt das erweitern. Okay, ähm, und dann können wir eigentlich das Return Sum direkt hier unten drunter machen. Hier, so. Okay, ähm, ja, das wäre sozusagen die Art und Weise, wie wir das jetzt hier machen. Jetzt sind wir hier natürlich noch nicht fertig. Also ich meine, das hier zu lesen ist furchtbar. Ja, vor allem wenn es im Terabyte Bereich geht, da kann ich das auch nicht mehr lesen. Das macht keinen Sinn. Deswegen machen wir noch eine schöne Funktion, die ich, glaube ich, schon mal vorgestellt habe, aber sowas ähnliches. Ähm, getSize machen wir hier. Und die getSize-Funktion, die ist mega geil, denn wir packen hier die Byte rein, okay? Wir packen aber, sagen hier Suffix, wobei, nee, den Suffix können wir auch einfach am Anfang drin lassen, ähm, und sagen hier direkt Suffix ist gleich, also Suffix heißt immer hinten dran schreiben, ist gleich, ähm, B. Und jetzt seht ihr, was ich gleich machen möchte. Ich möchte hier quasi einmal durch iterieren und jedes Mal sozusagen teilen. Das heißt, vor I in, ähm, erst mal, naja, kommen Byte, das heißt, nichts hinten dran. Dann kommen Kilobyte, also KB. Die B haben wir ja hier schon, das kommt ja immer hinten dran. Und eigentlich hätten wir das B da auch lassen können, aber egal. Ähm, dann kommt M, dann kommen Gigabyte, ups, Gigabyte, dann kommen Terabyte und wenn es mehr ist, haben wir ein Problem, aber wir machen noch Petabyte rein, damit es auch für die ganz krassen unter euch funktioniert. Ich glaube nicht, dass jemand aktuellen Exobyte hat. Falls doch, dann fügt ihr hier bitte ein E hinten dran, aber dann rennt das Skript sowieso ewig. Okay. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich den Fall haben, dass Byte kleiner ist als 1024, dann können wir das direkt zurückgeben. Das heißt, wir packen uns hier einen Format String rein, Format String mit, ähm, erst mal den Byte, also Byte, wobei wir an sich keine Byte mehr haben. Und zwar sagen wir, wir formatieren das Ganze mit zwei Nachkommastellen. Ähm, und dann wollen wir hier das I hinten dran haben. Das I ist entweder leer, Kilo, Mega, Giga, Terra, Petabyte und das Byte hinten dran, naja, das ist im Endeffekt unser Suffix. Das ist Suffix, wobei wir theoretisch hier auch das B einfach hier hinten schreiben können. Also eigentlich so, dann brauchen wir Suffix nicht. So ist vielleicht noch eleganzer. Okay. Und ja, falls das nicht der Fall ist, also falls wir nicht hier returnen, dann müssen wir natürlich unsere Byte verkleinern. Das heißt, Byte durchgleich, ähm, durchgleich 1024. Und, ja, Byte sollte ich vielleicht ausschreiben. Ich dachte, ich hätte Enter gedrückt. Und wenn wir am Ende dran sind, einfach nur der Vollständigkeit halber, und immer noch nichts haben, dann wird schwierig. Dann sagen wir hier einfach, okay, wir returnen im Endeffekt genau das hier. Ähm, und dann sind wir nach Petter. Das heißt, wir haben Petter noch benutzt, dann haben wir hier tatsächlich Exobyte. Also dann haben wir hier E, B, ähm, ich glaube, so kürzt man das ab. Okay, ähm, was wir jetzt gemacht haben, ist im Endeffekt, wir haben Bytes so lange durch 1024 geteilt, bis wir es in eine angenehme Häppchengröße haben, und dann haben wir halt die Endung hinten dran gepackt. So, was wir jetzt machen, wir printen offensichtlich nicht mehr Size an sich, also die Byte Size, sondern wir printen natürlich die schön formatierte Size, und haben hier 5,26 Gigabyte. Wunderbar. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich noch, wie groß ist denn eigentlich mein Tuts? Ordner, und, äh, das wird eine Weile dauern, währenddessen, wow, ist das schnell. Habt ihr gesehen, wie schnell das ist? Warum ist das von Windows nicht genauso schnell? Ich verstehe es nicht, das ist unfassbar. Ähm, ja, also ihr habt gesehen, wie schnell das tatsächlich funktioniert hat, das von Windows hat 3x, 4x, 5x so lange gebraucht, ähm, und by the way, das sind, wie gesagt, nicht alle meine Tutorials, ich habe vieles davon in eine andere Festplatte auslagern müssen, aber hey, jetzt wisst ihr, wie viel Platz ich tatsächlich für die Dinger, äh, auch brauche. Okay, ähm, das war es von meiner Seite, ich hoffe, ihr könnt das Ganze brauchen, ähm, schreibt euch dafür gern so eine Statistik oder sowas, welches eure fettesten Ordner sind, und ihr könnt das Ganze sogar mit Festplatten machen, also mit G, ähm, mit G, G Doppelpunkt, geht das so? Ich glaube, das wird so nicht funktionieren, aber ihr könnt hier G Doppelpunkt, Backslash, Backslash machen, das geht, ähm, oder mit C, falls ihr eure C Festplatte benutzt habt, also ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, bis dann, ciao. Outro Outro Outro